Ihr lieben Bücherfreunde, das Jahr 2017 neigt sich nun langsam an den Ende und ich möchte euch ein fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest 2017 wünschen. Ich hoffe, ihr könnt es im Kreis eurer Liebsten verbringen und habt schöne und unvergessliche Momente zusammen. Des Weiteren möchte ich euch natürlich einen guten Rutsch ans Jahr 2018 wünschen, dass das neue Jahr viele schöne Momente und tolle Bücher für euch bereithält. Ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen und wünsche euch bis dahin eine schöne und unvergessliche Zeit und bis dahin. Tschüss! 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 Tschüss!